Hallo und Willkommen bei PrepperFox. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es bereits zwei Videos, wo ich über reale Survival-Geschichten spreche. Mich interessieren solche Berichte von Leuten, die Extremsituationen überlebt haben, immer noch. Daher gibt es heute einen Teil 3 mit weiteren realen Survival-Geschichten. Mehr dazu nach dem Intro. Ich bin immer wieder fasziniert von solchen Survival-Geschichten, also wo irgendwelche Menschen extreme Situationen überlebt haben. Dazu recherchiere ich im Internet, bei YouTube. Ich lese Berichte, ich lese aber auch in Büchern und schaue mir natürlich auch Filme dazu an. Faszination hin oder her. Trotzdem wäre ich froh, wenn ich niemals in solche Situationen kommen würde. Aber wer weiß, vielleicht hilft mir die eine oder andere Geschichte und die Dinge, die ich daraus lernen kann, wenn ich wirklich mal selber in eine Survival-Situation kommen würde. Daher möchte ich euch heute auch wieder drei solcher Geschichten erzählen. Die erste Geschichte handelt von Douglas Mawson, einem Geologen aus Australien. Er leitete eine große Expedition in der Antarktis 1911 bis 1914. 1912 machte er sich gemeinsam mit zwei Begleitern auf den Weg, um dort Bodenproben zu sammeln und generell die Gegend zu erforschen. Leider kam es nach ein paar Tagen zu einem Unglück. Einer der drei Männer stürzte samt Hunden und dem Großteil der Vorräte in eine große Gletscherspalte. Die beiden anderen konnten für diesen Mann nichts mehr tun. Somit mussten die beiden alleine zurechtkommen und sie hatten ein großes Problem. Sie hatten keine Nahrung mehr. Nur mehr ein paar kleine Notvorräte und diese waren nach ein paar Tagen aufgebraucht. Somit hatten sie keine andere Wahl als auf die Nahrungsmittel zurückzugreifen, die ihnen noch blieben und das waren nur mehr die Hunde, die es ihre Schlitten zogen. Leider starb auch der zweite Begleiter von Mawson nach ein paar Wochen, weil er erschöpft war, weil er Skorbut hatte, also eine Krankheit, die aus Vitamin C Mangel resultiert und er hatte vermutlich eine Vergiftung durch das Essen einer rohen Hundeleber erlitten. Damit war Mawson auf sich alleine gestellt und er musste schauen, wie er ins Basislager zurückkommt. Er schaffte das auch, aber es dauerte drei Monate. Im Februar 1913 erreichte er dort wieder das Basislager und er musste feststellen, dass das Expeditionsschiff, das dort angelegt hatte, schon lange weg war. Somit musste er dort noch ein Jahr überleben, bevor er wieder in die Zivilisation zurückkehren konnte. In der Biografie von Mawson ist vermerkt, dass er nur überleben konnte, weil er Teile seines toten Kameraden verzehrte. Soweit ich weiß, ist jetzt auch das Gesicht von Mawson auf der 100-Dollar-Note in Australien. Diese Geschichte ist für mich aus zwei Gründen extrem. Das ist erstens, weil es um Kälte und Schnee geht und zweitens um Kannibalismus. Also diese Extreme sind für mich einfach kaum vorstellbar und ich habe extrem großen Respekt vor diesem Mann, dass er das überlebt hat, aber die Umstände waren einfach nur extrem. Die zweite Geschichte ist schon etwas bekannter, vor allem weil sie auch verfilmt wurde und Leonardo DiCaprio die Hauptrolle in diesem Film spielte. Der Film heißt The Revenant und es geht um einen Amerikaner namens Hugh Glass. Er war 1823 mit ein paar Trappern in der damals noch sehr unbesiedelten Gegend des Missouri River unterwegs. Sie wurden pausenlos von Indianern angegriffen und hatten auch bereits sieben Leute ihrer Gruppe verloren. Hugh Glass erlitt auch eine Schusswunde während dieser Kämpfe. Ein paar Tage später passierte leider ein sehr tragisches Ereignis. Hugh Glass war irgendwo alleine unterwegs in einem Waldstück und wurde von einem großen Grizzlybären angegriffen. Der Bär riss einen großen Teil seiner Schulter heraus, verletzte ihn schwer am Kehlkopf, brach ihm das rechte Bein, soweit ich weiß, und er hatte am ganzen Körper Biss und Schürfwunden. Seine Kollegen kamen zwar nach einiger Zeit vorbei und konnten den Bären auch abwehren und ihn töten, aber sie waren fest der Meinung, dass Hugh Glass sterben wird aufgrund der schweren Verletzungen. Sie versuchten ihn auch noch so weit es geht zu versorgen, aber sie sahen keine Chance mehr für ihn. Es war auch so, dass gerade der Winter ins Land zog und sie konnten dort einfach nicht mehr länger bleiben. Somit beschlossen sie zwei Leute bei Hugh Glass zu lassen. Sie sollten ihn beerdigen, falls er stirbt. Sie wurden dafür auch bezahlt. Nach fünf Tagen war Glass allerdings noch immer am Leben und die beiden Männer wurden langsam nervös, weil sie eben alleine dort in der Gegend waren und sie sahen für Glass auch keine Chance mehr. Sie nahmen ihm seine letzten Sachen ab und ließen ihn alleine dort zurück zum Sterben. Glass wollte aber nicht sterben. Er hatte einen Hass auf diese beiden Männer, die ihn eben hier alleine zurückgelassen haben und als er wieder richtig zu Bewusstsein kam, versorgte er seine Wunden. Er schinte sein Bein, er schaute, dass er seine Schnittwunden versorgen konnte und er ließ sogar maden, das abgestorbene Fleisch an seinem Körper fressen. Er kämpfte sich dann unglaublicherweise viele Meilen zurück in das Lager, wo auch die beiden anderen Kollegen waren, die ihn alleine gelassen hatten. Dabei stieß er wieder auf Indianer. Er hatte Probleme sich zu ernähren und musste immer wieder seine Wunden versorgen. Als er dort in den Lager ankam, verschonte er das Leben der beiden, die ihn alleine gelassen hatten und er verzeihte ihnen. Hugh Glass meldete sich auch sofort wieder für gefährliche Einsätze und machte mit seiner Arbeit weiter. Auch diese Geschichte ist für mich wieder extrem. Nicht nur, dass es auch um Kälte und Schnee geht, sondern dieser Mensch war auch noch schwerst verletzt, also beinahe tot und er kämpfte sich trotzdem durch die Wildnis. Was er dort erlebt hat, ist für mich einfach nur unglaublich und faszinierend. Ich würde euch auch empfehlen, dass ihr euch den Film anschaut, der Revenant mit Leonardo DiCaprio. Der ist absolut sehenswert aus meiner Sicht. Die dritte Geschichte handelt von Jan Balsrud, einem norwegischen Soldaten, der im Zweiten Weltkrieg gemeinsam mit ein paar Kameraden versuchte, einen deutschen Luftstützpunkt zu zerstören. Sie hatten dazu ein Schiff gekapert mit acht Tonnen Sprengstoff und wollten dort eben einen Anschlag verüben. Leider wurden sie bei dieser Aktion verraten und das Schiff wurde von den Deutschen versenkt. Sie konnten nur noch auf einem kleinen Rettungsboot fliehen und auch das kleine Rettungsboot wurde von den Deutschen versenkt und somit konnten sie nur dort im eisigen Wasser an Land schwimmen. Als Jan Balsrud es ans Land schaffte, musste er sich sofort gegen einen deutschen Offizier verteidigen und er musste den Mann auch töten. Das war leider noch nicht sein ganzes Schicksal. Er musste dann viele Tage lang, ungefähr einen Monat, sich vor den deutschen Soldaten verstecken. Er hatte zu tun mit Wundbrand, mit Schneeblindheit, er kam in eine Lawine, er musste sich ständig vor den Deutschen verstecken und nutzte dazu auch jede Gelegenheit. Und das Schlimmste an der Sache war, er hatte schweren Wundbrand an den Zehen und musste sich mit einem kleinen Taschenmesser neun seiner Zehen amputieren. Irgendwann traf er dann auf die Sami, das ist ein Urvolk in Norwegen, und die brachten ihn über die Grenze von Finnland nach Schweden. Der Mann verbrachte dort dann sieben Monate in einem Hospital und trat aber danach seinen Dienst auch wieder an, bis zum Ende des Krieges. Auch diese Geschichte ist für mich extrem, weil dieser Mann beschlossen hat, sich Körperteile zu amputieren, nur damit er überlebt. Und so einen Entschluss zu fassen, muss einfach extrem sein. Und auch dort ging es wieder um Kälte und zusätzlich kam noch die Situation des Krieges dazu. Also auch vor diesem Mann habe ich extrem großen Respekt. Für mich sind alle drei dieser Geschichten wirklich extrem, weil es immer um Kälte und Schnee ging. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber für mich würde jede schlimme Situation in Verbindung mit Kälte noch viel schlimmer werden. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dazu auch einen Kommentar schreibt, wie es euch in einer Survival-Situation gehen würde, bei der es um Kälte und Schnee geht. Das war es im Prinzip schon wieder für heute. Ich hoffe, dass diese drei Geschichten für euch genauso interessant und faszinierend waren wie für mich. Wenn ja, dann hinterlasst mir bitte einen Daumen nach oben. Ihr könnt das Video selbstverständlich auch gerne teilen bei Facebook, Instagram, wo auch immer. Und wenn ihr noch nie auf meinem Kanal wart, dann würde ich euch herzlich um ein Abo bitten. Das war es wieder für heute. Bis zum nächsten Video. Euer Prepper Fox.